so aufnahme läuft und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge ich habe gestern abend versucht runde aufzunehmen und da wurde ich richtig krass getargetet dann habe ich jetzt eben gerade runde aufgenommen auch davor werde ich vielleicht werdet ihr vielleicht davon noch sehen oder nicht dann werde ich oder event nur diesen falls die gewinne werden natürlich optimal davor die ich gerade gespielt habe dachte ich habe die aufgenommen habt ihr auch gewonnen habe nicht mega gefreut und naja die aufnahme nicht wie es halt immer so ist manchmal läuft das leben schön manchmal nicht aber mein gott er hat mir 25 prozent geht es abgezogen und damit den ersten gemacht gratuliere dir gut ich gratuliere mir richtig das gefühl sein kommt schon für ein tisch gegen was machen genau da so lange bis ich komme als ob genau geht halt zu zweit auf mich aber egal ich habe eigentlich gemacht mein live kurs als ob da jemand direkt in der missboden genau ich werde man es wird gott schon wieder so eine richtige abfahrt ja merke ich 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 habe ihn mit dem bogen und dem ja ist eigentlich getroffen und keiner beintreffer erzählt geil man kann ich jeden moment nicht ich freue mich richtig wenn ich gekillt werde wissen kommt immer so emotion naja kacke ich stehe mitten auf offener fläche erst werde ich gar nicht angegriffen dann werde ich gleich wieder von dreien getarget nicht so boom als ob man ist so klar immer wenn ich auch wenn ich aufnehmen dann kommt so eine runde davor so eine als ob dieser rika irgendwas recht bei luca nervt ständig hat irgendwo hin und keimt richtig geil und ich wette ich werde in zwei sekunden also abgesnipet weil ja genau wusste ich doch man die runde wird wieder so richtig geil man aber ich habe ihn getroffen boom ja cool ich finde ja krass wie die alle neves ist immer bei mir machen bringt so krass da ist mein kühl so als hätte ich es gern also ich habe es geahnt und deshalb mich auch so umgedreht die laufen hat alle ziemlich optimal alles klar läuft mit alle genau was denkt sie man muss ob ja er hat mich gebraucht hat nur so ein schöner killstreak sind mc experttypen gekriegt so was die axt wieder mitnehmen ich warte irgendwie darauf dass er eines braun war kann ich noch mal kümmern so einer wie der bütteseltyp dort eigentlich nein Nein! Ich hab zu wenig Geld Ja man, ich hab gewonnen Es war Gottes Licht, meine Damen und Herren Und damit hat Gottes Licht die Runde gewonnen Nice Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Zusehen Und wünsche euch noch einen wunderschönen Rest Sonntag Weil ich das Video wahrscheinlich erst um 18 Uhr hochladen kann Ja, ich hab diesen komischen Kopf Achso, apropos Ich wollte nach jeder Folge Weil ich so viele Coins habe Immer hier hingehen Dann gucken wir mal Item Chest Öffnen Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Düm 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 Geil Wir haben fünfmal Farbbomber gewonnen Das war jetzt nicht mein Ziel Wir kaufen eine Lotterielust Zack, 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 zack Ja gut Wir haben nur 9400 Coins Verlust gemacht Ist doch stark, oder? Aber auf jeden Fall Ja War's das für diese Folge Und damit sage ich Tschürio So